guten morgen leute wie ihr sehen könnt habe ich mich schon im wedding gemacht heute ist und ja ich bin schon geschminkt weil heute werden wir ein shooting haben findet ihr nicht auch dass ich gerade komisch aussehe ich bin irgendwie komisch geschminkt das gefühl das august größer wirklich so komisch ich packe jetzt noch meine sachen zusammen ja weil heute müssen wir aus checken also wenn jetzt gleich frühstücken gehen und dann sehen wir uns beim shooting oder so und dann gehen wir zum shooting es sieht komisch aus so aussieht hier mein gott sieht voll schön aus und guck mal yummy voll lecker und okay zum frühstück richtig schön wir haben uns jetzt schon was zu frühstücken geholt natürlich hier das darf nicht fehlen obst salami und so guten appetit guck mal dieses bild an so wie heißt es so alte kunst aber hauptsache läuft bei der wie ist richtig gangsta für die nation im moment rüe de ferramoulin ok so wie ihr sehen könnt wie ihr hören könnt mein französisch ist richtig ein geräuscht man kann ich also denkt man gar nicht aber ich hätte mal vier jahre lang französisch und hatte in französisch eine 1,5 davon sieht man nichts mehr genauso spanisch spanisch ist auch schlimm wir sind jetzt auf jeden fall auf dem weg ins studio ich habe mich schon geschminkt party lässt sich dort schminken und ich habe mich schon geschminkt party lässt sich dort schminken aber ich dachte ich schmink mich selber es regnet wir sind jetzt im studio angekommen so sieht sie aus also unsere haare werden noch gemacht und party wird noch geschminkt und dann geht's los es sieht so gut aus danke und jetzt bin ich dran immer gespannt was sie aus mir zaubern hoi und das ist der fertige look sieht voll cool aus und party wird jetzt auch geschminkt jetzt schläfst du fast dabei ein wir sind gerade noch fleißig am drehen schläfst du ? wo ist das? 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 hey ich bin Fabrizia und ich bin von dem kanal hey ich bin Fabrizia und ich mache einen eben kanal und der wird uns zertal Ja, ich brauche nicht meine eigene Turmafarbe, doch Colorista hat bereits eine Lösung gefunden. Also ich finde, Colorista ist eine Schönwürdigkeit, Leuten, die normalerweise nicht zu oft sind. Also ich finde es super. Also ich finde Colorista super. It's a wrap! It's a wrap! Werdig! Yay! Wir haben jetzt alle zusammengepackt. It's a wrap! It's a wrap! Alter ey, wir haben heute einen langen Tag gehabt. Ähm, wir waren beschäftigt mit Shooten. Ich hoffe, ich habe auch viel gefilmt, aber ich glaube nicht. Aber ja, jetzt machen wir uns gleich auf den Weg zum Flughafen, haben jetzt alles zusammengepackt. Und dann geht's auch schon los. Und ey, ich verliere so oft mein Haargummi. Jedes Mal, immer wenn ich gesagt habe. Oh, du bist so cool. Ich sehe so flimmig. Ich denke, ich will den Mann für dich. Oh, wir sind jetzt im Taxi und sind auch schon auf dem Weg zum Flughafen. Und es war echt cool mit euch, Leute. Yay! Zum Glück haben wir wunderschöne Flieger. Wer ist der Flughafen, Freunde? Charles de Gaulle. Terminal? Er ist in der Flughafen? Different. Wir flyen alle unterschiedlich. Ja. Ich kann wohl an. Trotz hat sich selber mit angeschön. Mein Französisches ist so schlecht. Ja, ich freue mich auf mein Bett. Wir werden jetzt noch feiern gehen. Ja. So, wieder at home. Und wieder am Aufräumen. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf. Hängen Wäsche auf und so. Das übliche Zeug. Und treffen uns danach mit Paddy und Katrin. Und machen halt da so Mähle zum Beispiel. Und Leo müsste auch bald kommen. Jemand will sein altes Auto kaufen. Und wir kommen jetzt gleich. Das steht an bei uns. Nichts anderes. Das ist meine neue Fräse. So, ich habe nur ein bisschen so heller gemacht, wie ich vielleicht sehen kann. Es sieht so schön aus. Es ist einfach so schön natürlich. Und es ist so... Oh. Diese Farbe lässt sich allerdings nach ein paar Tagen ein bisschen raus waschen. Es wird dann etwas heller noch. Ich finde es so eigentlich schon ganz schön. Wenn es heller werden sollte. Ist jetzt auch nicht so schlimm oder so. Aber so finde ich es schon voll schön. Richtig natürlich. Auch falls ihr euch wundert, was hier liegt. Ich habe mir gestern ein... Wie heißt es? Schwangerschafts-Früh-Test gekauft. Das sind so zwei Schwangerschaftstests drin. Und das kann man schon testen quasi... Kann fünf Tage vor dem Ausbleiben der Periode testen. 99% zuverlässig. Clear Blue kennt ihr bestimmt. Und ich habe einfach... Ich weiß nicht. Ich habe mich... Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht. Jedes Mädchen kennt das bestimmt. Wenn die Tage mal nicht kommen. Dann kriegt man so ein bisschen Panik. Und das war bei mir so. Es ist schon öfter passiert, dass meine Tage mal nicht gekommen sind. Aber diesmal hatte ich irgendwie so voll Schiss. Weißt du was ich meine? Deswegen dachte ich, ich hole zur Sicherheit einen Schwangerschaftstest. Und dann ist mir auch gefallen, ich habe zum allerersten Mal gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Und irgendwie während ich diesen Schwangerschaftstest gemacht habe, hatte ich irgendwie voll Schiss. Ähm... Habe ich... Warte, ich zeig es euch mal. Vielleicht finde ich es noch irgendwo voll eklig eigentlich. Aber... Falls ihr nicht wisst, wie ein Schwangerschaftstest funktioniert. Weil ich habe mir richtig gut die Verpackungsverbeilage durchgelesen. Ähm... Also man muss ja so drauf pinkeln. Also... Hier auf diesen... Ich mache es mal weg. Ist eigentlich voll eklig. Aber hier auf jeden Fall. Wenn man drauf pinkelt, dann verfärbt sich das Pink. Damit halt... Damit man einfach erkennt, dass es Urin aufnimmt. Und dann nach zwei Minuten ungefähr verfärbt sich dieses Ergebnis... Äh... Ergebnisfenster. Und hier ist einfach ein Kontrollfenster. Einfach damit man weiß, die... Wie heißt es, dieser Test hat geklappt. Wenn da jetzt kein Strich ist, dann hat es nicht geklappt. Auf jeden Fall, als ich diesen Test hier... Gestern sah das nicht so aus. Also hier ist das Ergebnisfenster. Ich bin nicht schwanger. Gott sei Dank. Also was heißt Gott sei Dank? Wer es jetzt irgendwie passiert, dann ist es halt... Wer es halt passiert. Ich bin 20. Das ist eigentlich zu früh. Aber... Ist das noch okay? Ähm... Aber... Ne, ich bin nicht schwanger. Aber zum Glück. Ich brauchte irgendwie Gewissheit. Das ist was ich meine. Ich hab schon meine ganze... Ich hab schon, äh... Pagi, Katrin, alle voll gelabert. Von wegen, dass ich voll Angst habe, dass ich schwanger bin. Irgendwie, weil ich das so ein bisschen so im Gefühl hatte. Weil ich mich komisch gefühlt hab die ganze Zeit. Das hier ist übrigens das Kontrollfenster. Ein Strich heißt nicht schwanger. Und wer dann noch ein zweiter Strich, dann heißt es schwanger. Aber ich bin nicht schwanger. War auch mal cool, auf jeden Fall die Erfahrung zu machen. Ich hatte... Als ich diesen Test gemacht habe, hatte ich davor irgendwie voll Schiss. Weil ich die ganze Zeit gedacht hab, oh mein Gott, was wäre, wenn ich schwanger wäre? Oh mein Gott, was mache ich dann? Ich kann... Also was soll ich... Es sind nächstes Jahr so viele Sachen geplant. Ich müsste alles absagen. Ich könnte es gar nicht machen, wenn ich schwanger wäre. Deswegen... Ja... Irgendwo bin ich froh. Aber... Ja... Hi, was hast du gemacht? Hast du das Auto reingefahren? Ja. Cool. Ist das Auto noch abends? Schau mal, wie schön unser Weihnachtsbaum ist. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, wenn ich so mache, hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Schaut mal, wie viele Geschenke wir schon unter dem Weihnachtsbaum haben. Cool, oder? Dieses Geschenk hier ist für Katrin, also Palli Schwester. Das hier ist für unsere Cousinen. Oh mein Gott, nein! Seht ihr das? Das hat Mila gemacht. Fuck. Alles schon angeknabbert. Mila hat die Geschenke angeknabbert und den Weihnachtsbaum. Oh, nervige, ey. Von diesen Geschenketüten hier haben schon zwei Mädels zurückgeschrieben. Ne, vier Mädels. Wir hatten ja sechs Tüten. Vier Mädels. Zwei Mädels haben leider noch nicht zurückgeschrieben, deswegen sind die noch hier. Dann haben wir was von Lush. Das hier ist für meine Cousine. Das ist für Paddy. Das ist für unsere Schwester. Ja, hier sind noch ein paar Sachen von Benefit. Die werden wir wahrscheinlich auch verlosen irgendwo auf Instagram oder Snapchat. Und übrigens, diese Taschen hier könnt ihr auch noch hier auf Uncut gewinnen mit den Benefit-Produkten, die wir euch mal in einem Video gezeigt haben. Wir haben euch ja mal gezeigt, was hier so drin ist und das könnt ihr ja noch mit dieser Tasche hier gewinnen. Die sind nämlich etwas später gekommen, die Taschen, deswegen haben wir es euch nicht gezeigt an dem Tag. Also, ich zeige euch jetzt nochmal, was ihr gewinnen könnt. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr in diesem Vlog gewinnen könnt. Au. Wir haben ziemlich gedacht, dass wir alle Benefit-Produkte hier auf diesem Vlog, also auf Uncut halt verlosen, weil, ja, es geht halt einfach schneller. Wir wollen halt, dass ihr die Pakete noch vor Weihnachten auf jeden Fall kriegt. Deswegen zeige ich euch mal. Also, zum einen diese Tasche hier. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Ich glaube, da ist da dasselbe drin. Einmal Porefessional drin. Dann eine Dair Real Mascara. Einmal das Boing von Benefit, diese Skuntile. Dann ein Hoola Bronzer. Ein Augenbrauenstift in der Farbe 3. Und ein What's Up. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen sind in dieser Benefit-Tüte drin. Und ich glaube, hier ist das gleiche drin. Warte mal. Also, ein Professional. Ah, ne. Also, auch ein Professional ist hier drin. Mann, es tut mir voll leid, ja. Wir können wirklich nichts dafür. Es tut mir voll leid, aber es ist an sich nicht so schlimm. Wir haben ja diese Geschenke unter unserem Weihnachtsbaum, ne. Unsere Katzen. Die haben natürlich ganz viel Spaß mit den Geschenken. Und hier hat Mila diese Verpackung leider schon angeknabbert. Aber es ist ja nur die Verpackung. Also, ihr werdet die sowieso wegschmeißen. Von daher denke ich, dass es nicht so schlimm sein wird. Aber es tut mir voll leid. Wir müssen die Geschenke auf jeden Fall da wegtun. Also, einmal dieses Professional. Dann die Roller Lash Mascara. Die ist übrigens meine Lieblingsmascara. Dann auch ein Augenbrauenstift in der Farbe 6. Also, ganz dunkel. Dann nochmal ein Boing. Concealer. Hoola Bronzer. Hoola Bronzer ist, glaube ich, überall da drin. Ein Girl Meets Pearl Highlighter. Und... Gimme Brow. Das ist hier drin. Also, wenn ihr eines der Pakete gewinnen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar unter diesem Video. Plus euren Instagram Namen, damit wir euch anschreiben können. Weil wir sehen sonst keinen anderen Weg. Wir haben es schon oft versucht, zum Beispiel über YouTube Nachrichten zu machen. Aber das hat nie geklappt. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass es sowas gibt auf YouTube. Aber auf jeden Fall, ja. Und hier, ihr seht, hier hat Mila auch die Tüte angeknabbert. Sorry. Wenn ihr gewinnen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar plus euren Instagram Namen. So. Die Gewinner von der anderen Benefit Verlosung haben wir auch schon ausgewertet und haben sie schon angeschrieben. Ähm. Und die Pakete werden wir morgen losschicken. Je nachdem. Also eine hat, glaube ich, noch nicht geantwortet. Aber sobald wir die Antwort haben, dann werden wir beide morgen wieder losschicken. Die ganzen anderen Pakete haben wir auch schon losgeschickt. Und ja. Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück. So, wir sind zu Hause und haben gerade gekocht. zu machen. Und Tobi. Weil Anna ihren Zahnsprangtermin hat. Ähm. Ja. Und die kriegt morgen... Ne. Freitag kriegt sie ihre Zahnsprange eingesetzt. Ja. Und deswegen fahren wir nach Köln und fahren dann direkt so zusammen hoch. Und ja. Wir sind so richtig K.O. Wir müssen jetzt das mal richtig ausschlafen. Und ja. Leo ist schon der Weg. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja. So. Wanderst du. Dudble. Dudble.